Die Fakten zum heutigen Spiel. 2. März in der OSPA-Arena. Heute ist TK-Tag. Die Halle wird brummen und wieder richtig voll sein. Und das wird auch nötig sein, denn wir haben heute den Tabellenzweiten zu Gast hier bei den EBC Rostock Sea-Worfs. Und der Tabellenzweite ist derjenige, der richtig angreifen will und sich natürlich noch die Pole Position sichern möchte. Techniker Krankenkassetag heute bei den EBC Rostock Sea-Worfs. Neben mir Christian Stecher, aktiv Sportmanagement und Frau Christine Wagemeyer, Vertriebsleiterin für Mecklenburg-Vorpommern für die Techniker Krankenkasse. Zwei Partner, die in Kooperation heute hier diesen Tag gestalten. Wie schaffen Sie es, Kooperationspartner für so große Tage zu gewinnen? Also die Techniker Krankenkasse begleitet schon im dritten Jahr als Sponsorpartner. Und wir wollen einfach für die Zukunft versuchen, dass die Partnerschaft ein bisschen ausgebaut wird und ein bisschen dynamischer gestaltet. Und ich glaube, da ist so ein Heimspiel-Event, wie es heute kommt, glaube ich, der richtige Schachzug, um ein bisschen Lebendigkeit in Sponsoring reinzubringen. Alles klar, Kooperationspartner steht neben mir. Warum engagieren Sie sich hier heute bei so einer jungen Sportart wie Basketball? Es ist für uns natürlich eine tolle Möglichkeit, das Thema Bewegung und Gesundheit zu kombinieren, dass die Kunden einfach darauf aufmerksam zu machen. Es ist ein wichtiger Part zum Thema Gesundheit. Engagiert euch, betätigt euch gesundheitlich, macht Sport. Das ist für uns natürlich eine tolle Plattform, um nochmal auf das Thema aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren natürlich. Hier sind auch ganz viele Aktivitäten geplant. Ich glaube, mit lauter gesunden Menschen, die ich hier alle sehe um mich rum. Allen voran natürlich die EBC Rostock SeaWolves, die hier ganz, ganz fit auf dem Platz stehen und sich auch schon gut eingeworfen haben. Und ich glaube, wir werden hier ein paar Slamdunks sehen, ein paar gute Punkte machen. Und ich glaube, der EBC Rostock macht mit so Kooperationspartnern immer gute Punkte, oder? Ja, das sind nicht nur gute Punkte. Das ist ein extra klasse Gewinn für uns, solch einen Partner zu haben. Der beste Basketballverein aus dem Mecklenburg-Vorpommern mit der besten Krankenkasse gepaart. Also ich glaube, höher kann man fast gar nicht aufsteigen. Und Sie drücken die Daumen. Was glauben Sie, kommt heute ein Sieg für das Heimteam raus? Auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen. Das muss klappen. Also vielen Dank. Die Daumen des Heims und Herrn Tでした. Die Daumen des Heims und Herrn Be assets. Ja, das ist ein Sieg für das Ke覺. checks hin entes, die Daumen des Heims und Herrn Haugelist. ول 320 Daumen des Heims und einen Leib Marco Bis zum nächsten Mal.